Hallo meine Freunde und herzlich willkommen bei William's Adventskalender. Heute mit den 16. Türchen vorne. Schön, dass ihr wieder am Mieter war seid. Ja, was soll ich sagen, Freunde? Wo ist die Zeit geblieben? Achtmal schlafen noch, dann ist schon wieder Weihnachten. Ja, und dann kommt der Weihnachtsmann, mit seinem Schlitten und den Rentieren. Ja, oder auch nicht, man weiß es nicht. Ich habe ihn bis jetzt auf jeden Fall noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, Freunde, ob ihr den schon mal irgendwie gesehen habt, dass er da was unterm Baum liegt. Naja, was es heute gibt, Freunde, das seht ihr jetzt. Ja, guck, Freunde, heute habe ich ein Sägeflugzeug für euch. Ja, dass ich natürlich kein richtiges Flugzeug verschenken kann, das ist klar. Aber ich sage mal, wer da in jungen Jahren schon mal so der Wunsch hatte, mal Pilot zu werden, das ist eure Chance heute, Freunde. Also schreiben mir, wie immer, in die Kommentare, warum ihr den gerne haben möchtet und was ihr da so mit anstellen würdet, da bin ich mir gespannt. Und was ich noch dazu sagen muss, Freunde, das habe ich bis jetzt immer vergessen gehabt. Das ist ganz wichtig, wenn ihr noch nicht volljährig seid, ne, denn ihr wisst ja, da gibt es so eine Regelung bei Gewinnspielern, da darf man nur mitmachen, wenn man bereits 18 ist oder drüber halt, ne. Und ja, wenn ihr noch nicht volljährig seid, dann brauche ich da, wenn ihr gewinnen solltet, von euren Eltern eine Unterschrift, das soweit in Ordnung ist. Ich muss mich da ja absichern, Frau, dann nicht, dass ich da Probleme bekomme. Ja, ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch einen wunderschönen Montagabend, Freunde. Ganz viel Glück, wenn ihr mitmacht. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich beim Türken morgen. Ansonsten bleib gesund und vergesst nie, zum Zocken ist man nicht zu alt. Ja, und zu beschenken erst gar nicht. Euer Wilhelm.